Das Rätselraten um Preis und Erscheinungstermin der neuen Nintendo-Konsole hat ein Ende. Über 700 Medienvertreter aus ganz Europa ließen sich Mitte September in London von Big N-Oberhaupt Saturo Iwata über alle Details zum Re-Launch informieren. Alles Wissenswerte rund um Hardware, Software und Peripherie findet ihr im Heft. An dieser Stelle wollen wir den Besuchern einmal beim Zocken etwas genauer über die Schulter schauen. Schließlich war es für viele Gäste der allererste Kontakt mit dem neuartigen Steuerkonzept der Wii-Konsole. Insgesamt 22 Spiele standen zum Antesten bereit. Einziger Wermutstropfen? Die meisten Titel waren bereits auf der E3 oder der Games Convention enthüllt worden. Zudem gab's von vielen alten Bekannten wie Super Mario Galaxy, Sonic and the Secret Rings oder The Legend of Zelda Twilight Princess leider keine neuen Levels zu sehen. Erfreuliches gibt es von Wii Sports zu berichten. Nintendos hauseigene Leibesertüchtigung liegt hierzulande jeder Wii-Konsole bei. Außerdem wurde das athletische Trio aus Tennis, Golf und Baseball um zwei weitere Disziplinen aufgestockt. Zum einen wäre da Bowling. Wie im wahren Leben schwingt ihr die Wii-Fernbedienung wie eine echte Bowlingkugel, um die Kegel niederzustrecken. Ausholgeschwindigkeit und Drehwinkel der Hand spielen dabei eine entscheidende Rolle, denn der gesamte Bewegungsablauf wird erstaunlich realistisch ins Spiel übertragen. Glaubt ihr nicht? Dann beobachtet doch mal diese junge Dame beim Kegeln. Ja, das war wohl nichts. Ein Glück, dass der fürsorgliche Nintendo-Mitarbeiter nicht nur mit Bowling-Tipps, sondern auch mit tröstenden Worten bereitsteht. Im zweiten Wii-Sports-Neuzugang geht's weit weniger friedlich zu. Beim Boxen sind nämlich echte Männer gefragt. Wii-Fernbedienung und Nunchuck-Controller simulieren dabei rechten beziehungsweise linken Boxhandschuhe. Aufwärts- oder seitwärtshaken, obere und untere Deckung sowie allerlei Manöver mehr lassen sich so intuitiv ausführen. Obendrein nagt regelmäßige Anwendung praktischerweise ordentlich an den Fettpolstern. Zu den wenigen Neuvorstellungen der Veranstaltung zählte Wii Play. Die extrem spaßige Sammlung von neun unkomplizierten Mini-Spielen kommt im Bundle mit einer zusätzlichen Wii-Fernbedienung. Mit dabei sind unter anderem Billard, ein virtueller und garantiert jugendfreier Schießstand und ein witziger Memory-Verschnitt. Hier geht's darum, unter Zeitdruck aus einer Vielzahl knuffiger Kopfhüßler jeweils zwei identische Figuren herauszupicken. Das klingt einfacher als es ist, denn wenn ihr nur einen kleinen Lichtkegel habt oder gleich drei Dutzend Wichtel auf einmal über den Bildschirm wuseln, sind Adleraugen und ein gutes Gedächtnis gefragt. Nintendo DS-Zockern bereits bekannt ist Adlos knifflige OP-Simulation Trauma Center. Auf Wii erwartet Hobby-Chirurgen eine erweiterte Version des Handheld-Originals. Die Steuerung wurde dabei optimal den Möglichkeiten der Wii-Konsole angepasst. Mit der Fernbedienung schnippelt, saugt und tupft ihr euch durch den Körper eures digitalen Patienten. Gleichzeitig wählt ihr mit dem Analogstick des Nunchuck-Controllers das passende Werkzeug aus. Eine vollständige Liste aller Launch-Titel hat Nintendo leider noch nicht bekannt gegeben. Sicher ist aber, dass wir uns auf eine gelungene Mischung aus klassisch anspruchsvollen Konzepten und kurzweiligen Geschicklichkeitstests freuen dürfen. Apropos Geschicklichkeit, nicht dass wir der Geschlechterdiskriminierung bezichtigt werden. Die anfangs etwas unbedarfte Bowling-Dame hat später doch noch ziemlich zugelegt.